Ja, dann mal auf ein neues. Huhu. Oh nein, das ist ja die Stelle schon wieder. Oh, die habe ich so schön gemeistert gehabt. Und jetzt sowas. Ah, komisch, ne? Was, kommt das Teil da wieder? Zack. Doch, ich habe es geschafft, ja. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Wieso? Ich kam da nicht mehr hoch. Wieso? Hm. Na dann, nochmal. Ich kenne mal das Spielchen. So. Hepp. Jetzt sind wir hier. Da muss ich wieder so rum. Und wenn dann immer der Scheiße nochmal ankommt, ne? Kann ich so nicht gebrauchen. Oh, na ja. Oh. Jetzt aber. Ja. Ja. Toll, toll. Kontrollerschütter aus. Haben wir schon mal ein Leben verloren? Was soll's? Ist ja auch nicht so. Ich bin ja da. Komm, ich bin ja da ganz. Alles subi. Alles nicht schlimm. Oh, Mann. Das ist doch einfach nie in Ruhe. Ich bin ja da. Ja. Ihr seid ja auch, Mensch, die krassesten ever hier. Ach, die Lichter, ey. Wie kann man denn so ein kleines niedriges Wesen einfach so ärgern? Ich verstehe es einfach nicht. Warum müsst ihr mich so ärgern? Ich habe überhaupt nichts getan. Ich war zuerst hier in dem Wald. Na, da kommt schon das nächste. Machen wir mal kurz zu. Geht nicht. Oh, das ist doch... Also ehrlich. Nochmal das Ganze. Ich kenne aber... Ich wüsste jetzt auch keinen anderen Weg irgendwie. Ich bin da ein bisschen überfragt auch gerade. Ah. Hau doch mal ab jetzt. Nerv nicht rum. Jetzt kommt die ja noch wieder. So. So. Glück gehabt. Da kommt schon das neue Lichtchen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, wie soll ich das denn jetzt... Ich hoffe aber, dass das der Endgegner ist. Ja, ganz ehrlich, bin ich überfragt. Ich wüsste auch, es gibt doch keinen anderen Weg, aber ich muss halt über die ganzen Äste da mal hochkommen. So, die haben wir jetzt mal schön ausgetrickst. Oh, wenn das nicht ganz so viel bringt, was soll's? So. Oh. 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 Jetzt weg hier. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Stock mitnehmen. Wen sehen wir denn da unten? Heavy Bürsti, ich bin weg. Hau ab. Ach du heiliger Strohsack. Früher konnte man sich da unten drunter verstecken oder so. Geht nicht mehr. Und tot auch noch. Auch noch tot. Na dann. Ach. 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 Ich war zu schnell dem 1 saß aus ob er geschlafen hat wer weiß oder heim haut mich jetzt schon wieder weg hier mit dir ja das ist doch kein wenig klar machen um wie in der ersten folge glaube ich war das einfach unter den stöcken lang laufen das geht wohl nicht mehr wieso haben die das warum haben wir das ausgestellten kopf schön dank nein werf ich nicht so rum nein nein ich werde fast da oben gewesen man wir schaffen es schon ruhig blut die wird alles gut alles gut nichts passiert alles easy hier die ganze auf dem kopf haben ich habe nichts zu werfen weg hier ja werft mich nur hier rum wie die die tofen also ich bin kein basketballmann ich finde das ziemlich diskriminierend wo sind amnesty international die sich für mich einsetzen hier nimm den oh nein er wirft mich so weit weg na los komm traurig wirst du stress ja das ist eigentlich bin ich schon tot ich kann machen was ich will hier ich bräuchte mal einen stein den hier und den da noch so was habe ich gemacht was habe ich getan so 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 sieht es aus jetzt und steine von oben oder gut glück habt durchatmen alles wird gut alles wieder ruhig wir ziehen weiter in der hoffnung dass jetzt nichts mehr kommt und alles wunderschön wird danke alles wird wunderschön ich bin tot und das spiel ist vorbei und es kann nichts mehr passieren dann springe ich mal ein bisschen weiter weg hier so so ah der scheiß schon wieder oh und die noch nein oh glück habt glück gehabt okay wie soll das funktionieren kann man das mal einer sagen ich komme doch gar nicht mehr da rüber oder so ups auf ups okay also in der einstellung muss warten bis die das weg gebrannt haben durch gebrannt habe das seilen und dann komme ich weiter. So, und weiter geht's. Hier habe ich keine Ahnung bis jetzt, das muss ich erst mal gucken. Okay. Einzige Möglichkeit wäre, dass sie das von dem einen, was noch über dem Boden hängt, kappen, dass es runterrutscht. Ja, so kann man es auch machen, danke. Ja, das müsste kappen, das müsste kappen. Das müsste kappen, habe ich gesagt. Oh, oh, oh. Sie, die hinter einem her sind. Das geht ja mal gar nicht. Vor allem dann denkt man, jetzt hat man das Schlimmste bewältigt und dann kommt sowas. Naja. Zack. So, hier muss ich drauf. Das müsst ihr kappen für mich. Los. Oh nein, ihr habt es falsch gemacht. Mann, ihr habt es doof. Ihr seid doof. Alles falsch gemacht. Vielleicht gibt es aber vor allem nichts, was ich mal aufheben kann, ne? Das ist noch besser. Davon träumt ein jeder. Der dieses Spiel spielt bestimmt. Dass er nichts findet, um die Platze zu machen. Oh, Glück gehabt. Bitte lasst mal jetzt wieder irgendein Savepoint. Ja, Glück gehabt. Oder nicht. Mann, hier läuft mal von einem Scheiß in die nächste Kacke. Mann. Und wo fängt er wieder an, bitte? Hier hinten. Ja, Glück gehabt. Die Falle hebe ich mir mal auf für was er immer noch weiter rechts kommt. Ja, alles, 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 alles gut. Alles super schön und super toll. Wie kann ich das schaffen? Ich kann ja nichts aufnehmen. Ich habe ja, oder? Es gibt keine nichts unterwegs. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier die Falle auslöse. Okay, nichts. Ich könnte höchstens, dass ich da kurz warte und dann ein bisschen weiter hinten erst hüpfe, dass ich mich jetzt hier hinstellen und dann mache ich Genau das hatte ich vorgehabt. Ich könnte auch warten, bis das Licht kommt, wenn die Falle einfach auslöst. Warum geht das nicht? Also, meine Idee war schon nicht schlecht. Sie war aber auch nicht gut. Ich bleibe jetzt mal hier stehen, da kommen das Vieh angeflogen. Nicht machbar. Ich müsste, das habe ich damals auch schon versucht, dass man da dazwischen hängen bleibt, aber es geht auch nicht. Ich kann hier auch nichts mitnehmen. Oh, Mann. So ist das gekommen, wann nicht durch? Naja. Hm. Können wir da kommen, dass wenn ich bei dem Ding da so stehen bleibe? Schwierig, vielleicht muss ich noch später hüpfen. Und, ja. Jetzt habe ich es wieder ausgelöst. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun. So, nochmal hier runter. Geht auch nicht. Nochmal versuchen wir es. Lass mich ein kleines Folgenpäuschen machen. Okay, das war zu. Ich müsste noch weitere zurück, dann einmal noch. Alle guten Dinge sind zwei. Keine Ahnung, wie oft ich das schon versucht habe. Okay. Ich würde sagen, das Ganze versuchen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.